Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch einen portablen Mini-LED-Beamer vorstellen. Dieser Mini-LED-Beamer erlaubt eine Betrachtungsgröße von bis zu 100 Zoll. Da dieser Beamer zudem zwei JBL-Lautsprecher besitzt, braucht man für einen Filmgenuss unterwegs nichts weiteres mitnehmen. Der Beamer hört auf den Namen M1 Mini Plus und wurde uns freundlich von Fuseonic für das Video zur Verfügung gestellt. Habt ihr Fragen zum Beamer, so zögert nicht, uns diese in den Kommentaren zu stellen. Sollte euch das Video gefallen, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. In dieser Verpackung kommt der M1 Mini Plus LED-Beamer zu euch. Wir haben oben links ein Fuseonic-Logo, gefolgt von ein paar Produktbildern mittig und einem M1 Mini Plus Schriftzug im unteren linken Bereich. Hinten finden wir eine kurze Produktbeschreibung. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang befindet sich, wie nicht anders zu erwarten, der M1 Mini Plus Beamer selbst. Dieser besitzt die Maße 110 x 104 x 27 mm und wiegt dabei nur 300 Gramm. Des Weiteren befinden sich noch folgende weitere Dinge im Lieferumfang. Zwei farbige Wechselcover in grauer und gelber Farbe. Ein Quick-Start-Guide. Eine praktische Fernbedienung. Eine Halteschlaufe. Ein Netzteil und zwei Netzstecker. Somit könnt ihr diesen Beamer fast überall aufladen bzw. betreiben. So schaut der M1 Mini Plus aus der Nähe aus. Vorne sehen wir direkt das Objektiv und an der Seite den Fokusring, um die richtige Bildschärfe einzustellen. Auf der einen Seite finden wir die Ladebuchse samt einem USB-Anschluss. Hinten finden wir die Befestigung für die Halteschlaufe und den Ein- und Ausschalter. Auf der anderen Seite finden wir einen HDMI-Anschluss und die Befestigung des Standfußes. Unten am Beamer haben wir vier kleine Standfüße aus Gummi. Diese entkoppeln den Beamer etwas vom Untergrund und sorgen für einen sicheren und rutschfesten Stand. Oben am Beamer befindet sich das Wechselcover. Dieses kann man einfach an der Ecke hochschieben und bei Bedarf mit seiner Wunschfarbe bestücken. Man hat die Wahl zwischen Blau, Gelb und Grau. Gleich zeige ich euch einmal, wie das Beamer-Bild ausschaut. Zudem könnt ihr das sehr leise Betriebsgeräusch vom Beamer-Probe hören. Denn das Betriebsgeräusch liegt bei unter 25 Dezibel und ist somit leise als flüstern. Das folgende Bild wird etwas flackern und ein paar horizontale Linien aufweisen. Diese entstehen, wenn man ein Beamer-Bild per Kamera aufnimmt und sind, wenn man direkt das Beamer-Bild anschaut, nicht vorhanden. Zudem haben wir etwas Bildrauschen, da die Aufnahme bei Dunkelleit aufgenommen wurde. Oh nein, ich habe ja auch Schiff geschafft, genau wie du. Wow, 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 Shaggy und Scooby, wollen wir entführen? Ja. Da kam dieses blaue Licht vom Himmel und hat sie hochgebeamt. Ich kann, ich kann nicht atmen. Ich nehme an, wenn Ihre Freunde bei Ihnen gewesen wären, hätte man sie nicht entführt. Okay, überspringen wir die emotionale Bestrafung. Was will irgendjemand mit Scooby und Shaggy? Ich weiß nicht, aber ich möchte dem, der das erschaffen hat, die Hand schütteln. Die Anfangskonfiguration des M1 Mini Plus gestaltet sich besonders leicht, da es nur wenige Schritte braucht, bis alle wichtigen Einstellungen getroffen sind. Praktisch zudem ist es, dass man mit diesem Beamer mehrere Aufstell-Szenarien abdeckt und dies sich auch nur mit einem Klick einstellen lässt. Der Beamer kann Videos übertragen vom USB-Stick via HDMI oder per Wi-Fi. Über WLAN lassen sich somit Inhalte von mobilen Devices ganz einfach casten bzw. spiegeln. So wird der Smartphone-Bildschirm in Handumdrehen zur privaten Leinwand. Dank der kostenlosen Fuseonic V-Cast-Sender-App kann das Smartphone sogar als Fernbedienung mit Touch-Steuerung genutzt werden. Diese Möglichkeit empfinde ich als sehr praktisch und nützlich. Der M1 Mini Plus aus dem Hause Fuseonic ist meiner Meinung nach ein guter, brauchbarer, portabler Beamer. Bei der Lichtquelle setzt der M1 Mini Plus auf die langlebige Digital Light Processing-Technologie, kurz LED genannt, die in 90% der digitalen Kinos weltweit verwendet wird. Diese wartungsfreie Lichtquelle arbeitet stromsparend und liefert eine langlebige Bildqualität für bis zu 30.000 Stunden im Normalmodus. Die Auflösung von 854x480 Pixeln empfinde ich als ausreichend, für einen kleinen Film- bzw. Stream-Abend mit seinen Freunden. Dank der Helligkeit von 120 LED-Lumen liefert der M1 Mini Plus auch ein sauberes Bild. Mit der Möglichkeit, die Projektionsfläche auf bis zu 100 Zoll einzustellen, habt ihr genug Spielraum, eure Wunschdiagonale einzustellen. Meiner Meinung nach schaut das Beamer-Bild bei 60 Zoll am besten aus. Der verbaute Akku erlaubt euch eine Betriebszeit von rund 1,5 Stunden. Der Beamer ist aber auch gut durch eine Powerbank betreibbar. Somit sind auch einem längeren Filmabend keine Grenzen gesetzt. Die UVP für den M1 Mini Plus von Fuseonic liegt zurzeit bei 249 Euro. Meiner Meinung nach ist dies ein fairer Preis für einen guten, brauchbaren, portablen Mini-LED-Beamer, der als kleines Multimedia-Center fungieren kann. Jeder, der einen portablen Mini-LED-Beamer sucht, der sollte dem M1 Mini Plus von Fuseonic einen Blick schenken. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Fuseonic für die freundliche Teststellung bedanken. Habt ihr Fragen zu diesen portablen LED-Beamer? Zögert nicht, uns diese zu stellen. Weitere Informationen zu dem vorgestellten Produkt findet ihr wie gewohnt in der Infobox des Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Egleis Team Joer Egleis Team